kann ich denn drehen hier kann ich die karte drehen hier ist eine diese aufgabe ist schnell gelöst das war die alter wie quest gibt es denn hier was ist das denn jetzt hier michael aber jetzt erstmal nicht wir holen uns jetzt die einig wir holen uns jetzt erstmal alle quest für sie denn wirklich alle machen wenn wir sehen aber da ist eine das licht man andauernd vertippe ich mich und so beginnt ist es klar da müssen wir noch mal eben den portal stein auf jeden fall haben da geht jetzt ja mal gar kein weg kann vorbei wie komme ich dann dahin komme ich da vielleicht durch ein schöner kleiner ort ist das mit jeder menge quest wo ist jetzt der portal steigen auf jeden fall erstmal ein böser böser wolf da ist auch noch eine quest alter die werfen uns hier mit quest tot das ist ja nicht mehr feierlich da ist irgendwie glaube ich das portal genau ein weiterer ort der meines schutzes bedarf so das haben wir da ist der stein wo bin ich denn schon wieder blumen zum große schnauze ich bin auch völlig falsch das liegt einfach daran dass er die met aber mit dreht das kann ich nicht so gut ab so da ist er sondern muss hier aber ist er ja okay den haben wir so dann haben wir noch eine quest da ist auch noch einer nein aber das werden wir kommen die tür auf spieler kiste können wir eigentlich mal gucken ob wir irgendwas haben was ist das denn hier ja ist ja gut soll es ja auch gar nichts du sollst es nur in die kiste packen auch nicht auch nicht für uns auch nicht schon aber auch jetzt nichts dabei was wir unbedingt brauchen nicht wirklich können wir das hau ab da sind ja auch noch ein zwei drei quest hier ist auch noch mindestens eine in der nähe unserer kiste können wir einfach ticken gehen hier kann ich nicht irgendwie schneller verkaufen geht das nicht irgendwie alles klar so geht das also so geht das also was haben wir dann mal an ne 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 a ne ne da das ne d ne das ne ne her ne sein aber kostet auch 894 gold wo wir haben 2000 das haben wir das kann und so denn jetzt ja das ist aber schon mal eine ganz andere hausnummer die sollten wir auf jeden fall nehmen ja möchte ich damit kann ich nicht umgehen was warum nicht das ist da finde ich bin so doof das war für eine hochelfe wer gucken kann ist da ein vorteil denn gerade freue ich mir gerade ein keks dafür habe ich jetzt richtig kohle daran verloren aber das ding kann man nehmen tränke können wir auf die halle ringe haben wir noch gar nicht anders jetzt zwei schaden magie kampfreflexe könnte man glaube ich das haben wir jetzt verein ja warte mal war jetzt und dem ein anlegen hallo gut ein bisschen was gekauft und verkauft so da ist aber trotzdem noch eine quest kann muss das ganze in der nähe und ich sehe sie gerade nicht so bewegen uns aber weg da ist doch na ja genau so und jetzt haben wir noch hier unten feste einmal irgendwie vor der hütte hier ist eine für das licht die aufgabe ist in guten händen und dann fehlt uns jetzt noch eine hier und da haben wir erstmal genug quest eingesammelt so die muss hier irgendwo sein oder auch nicht wo ist denn jetzt falsche richtung kommt jetzt nur von der anderen seite aus ran oder was aber hier ist auf jeden fall eine quest die machen wir jetzt mal eben da oben eine zum ab da ist irgendwas zum ein paar räuber haben die steuerabgaben des gesamten letzten jahres gestohlen und bringe euch die juwelen zurück habt ihr unsere steuern schon abgegeben nein habe ich noch nicht so damit da haben wir immer noch eine so ist das nicht denn das hier aber wo soll denn diese quest sein er zeigt mir auf jeden fall noch eine an sozusagen hier wir sind da verstehe gerade wer will oben ist auch keine weiter können nichts mehr weiter oder da kann ich zwar raus aber eine quest gibt es hier hier gibt es nichts zu sehen will zu stress da ist nichts weiter ich habe keine ahnung wo die jetzt sein soll wie komme ich jetzt hier wieder raus da ist die türe hallo das finde ich man schon ein bisschen unübersichtlich das hier ist auch nicht ja ich finde diese eine blöde quest nicht so was nervig mal so ein bisschen aber hier ist nichts gut dann lasse ich diese eine blöde quest mal die eine blöde quest sein wobei ich für heute ja sowieso schluss machen würde ich sag mal so morgen abend werde ich auch wieder stream ich weiß zwar noch nicht was also es wird ihr werdet ihr sehen ich wünsche euch noch einen wunderschönen abend und vielleicht bis morgen und ja schönen abend dann noch gute nacht danke dass ihr da war tschüss tschüss Vielen Dank.